Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pottl mit mir. Gut, das war eigentlich alle Informationen, die reicht, um zu wissen, dass es um Pottl geht. Ja, nee, lassen wir das. Falls Fragen auftauchen, wie zum Beispiel, warum jetzt länger kein Pottl war für zwei Tage. Ist, äh, ich hatte zwar die dritte Folge noch, äh, also schon gemacht gehabt, aber dachte, weil sie schon kurz am Ende ist, habe ich sie jetzt später auch geladen. Ach, ist egal. Jedenfalls mache ich jetzt weiter und bin gespannt, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Boah. Weiter geht, joh. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Hä, ist das gerade dein... Oh, was ist das? Nein. Na, warum? Schau ihn nicht so an. Wichtiger Testapparat zerstört. Es ist dein Erd... Ah. Ah. Laser. Was? Ah, die Erfassung mit dem Laser und schießt mich auf. Oh, das ist laut. Äh, das heißt, wenn ich jetzt... Hä? What? Hallo, Freund. Suche? Heee? Suche? Was soll das? Funktionen! Hallo, wer da? Ah. Ich tun also weh. Okay. Also muss ich jetzt irgendwie taktisch rangehen. Ich weiß auch nicht wie. Guck mal. Luh, 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 luh. So, ich hab ihn weggeschmissen. Ah, okay, da kann ich hinschießen. Hi. Tschüss. Oh, oh. Tick. Wah. Wah. Wieso? Ach, macht er mir keinen Schaden, wenn er umgefallen ist, oder nice? Guck mal hier, guck mal, du wirst ein Freund. Oh, äh, bleib. You don't find me, and I will kill you. Ha! Oh, das erschreckt ein bisschen. So, ähm. Ja. Oh Gott. Ach, nee, da kann ich nicht dran schießen. Oh nein, ich muss da hoch, nein. Hä? Hä? Was? Ja, sehr gut. Hä? Hä? Help. The cake is a lie. The cake is a lie. The cake is a lie. Der Kuchen ist eine... Der Kuchen ist eine Lüge? Abgestrichene Tage, oder was ist das? Was ist das für ein Kreis? Oh, der große Feuerball, oder was auch immer. Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Kann ich dich haben? Hallo? Alles klar, ne? Alles klar. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was ist. Eine Milchtüte. Eine Milchtüte. Was ist das? Was ist das? Beans. Also Bohnen und Milch. Lol. Die... Die... Das ist... Ah, guck mal. Das ist ja ein Computer. Oioioi. Mein offener Computer. Deshalb ist stylisch. Und... Und Wasser. Wer auch immer so viel Wasser trinkt. Äh... Ja... Warum ich jetzt hier hinten hin kann, weiß ich auch nicht. Okay. Gut. Gehen wir. Weiter. Ja, ich bin's. Hey, Bitch. Catch this. GG. So, und jetzt... Oh. Ah, über den wir aus. Zack. Ah, hab ich nicht. So. Catch this. Was? Ah. Au. Ich hasse dich nicht. Ich hasse dich nicht, aber... Ich dachte, ich kann mich damit schützen. Ja, halt dein Maul. Mein Gott. Betreib doch nicht. Ich... So. Hi. Noch jemand da? Nein. Catch this. Catch this. Yeah. Also jetzt nochmal, äh, falls es ein bisschen zu laut ist, äh, entschuldige ich mich damit ein bisschen, aber das geschieße. Äh, äh... Ich war darauf nicht vorbereitet. Und ein... Ach nein, da stimmt wieder. Das Radio. Hä? Hä? Äh, das Ding ist kaputt, jo. Ui, das sind ja ein paar, äh, 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 ist das dein Ernst? Ein Moment, warte mal. Ui, das sind ja noch zwei, drei. Hm, was passiert, wenn ich jetzt... Äh, 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 äh... Zack. Aua. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Moment, so. Da, schaue. Ja. Ja, das ist sie hier. Ui, blau. Und... Dich. Kleine Drecksau. Und... Nein! Scheiße! Bist du überhaupt sowas nützlich? Ich muss mir die Tasse nehmen. Okay, das wird nichts. Äh, äh. Ja! Schrauben, das ist okay. Oh. Au. Au, 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 au. So. Schraubenschlüssel 2.0. Fuck. Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Also, also ich weiß, wo das da oben ist, aber... Alter, gehst du wieder in der Matrix drin, oder was ist da los bei dir? So. Weg mit dem. Ja, ich hab's nicht, aber... Aktiviert. Nimm nicht mit. Weil du sollst mal vielleicht einmal in deinem ganzen Scheiß-Leben nützlich für mich sein. Tag. Nice. Geschützt mit Radio getötet. Bestand. Ähm, ja, äh... Kann ich... Ähm... Ja. Ah, ja, mit denen funktioniert das, aber nicht mit, äh... Was war das nochmal davor? Okay. Er wollte mich austricksen, dass ich hier warte. Ähm, was war's davor? Ah, ja, mit Kameras geht's nicht, ne? Aber mit den Geschützen. Hi. Hi. Fahr hoch. Suche. Hi. Ha, 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 ha. Kritischer Fehler. Kritischer Fehler? Oh, hi. Ach, guck mal hier. Ha, ha, du auch noch. Ha, ha. Ich bin dir aber böse. Bitch. Ach, wie soll ich das jetzt eigentlich die ganze Zeit? Was? Das war's? Nice. Hey, ist kein Geschmack mehr. Oh, was? Das ist ja gemein. Und warum bin ich jetzt ein Android? Hä? Ich bin doch eine Person oder nicht? Verstehe ich nicht. Gut. Wisst ihr? Moment. Ich kann ihn nicht wegmachen. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiter-Kubus in drei, zwei, eins. Bewichteten Begle... Begle... Alter. Guck mal. Der hat ein Herz drauf. Yay. Guck mal, der ist pink. Der gewichtete Begleiter-Kubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ui. Der hat ein Herzchen. Oh, den will ich behalten. Ui. Ui. Oh, mein Gott. Ich habe jetzt einen Kumpaner, der mir hilft. Guck mal. Da darf ich draufsteigen. Und dann nehme ich den mit. Und dann tue ich ihn wieder dahin. Und dann tue ich ihn wieder hoch. Und dann nehme ich ihn wieder mit. Boah, Alter. Das ist voll nice. Wut? Ist das gerade ein... Was? Hä? Wie? Wie bin ich gerade gestorben? Hä? Ich bin... Ich bin ein bisschen für will. So, zack. Bam. Zurück an deinen Absender, Alter. Oh, bam. Die höchsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center-Tests sind aber, glaube, sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kugus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Äh, warum sollte er das überhaupt tun? Ui. Oh nein, ich habe den schwarz gemacht. Hä? Wie bin ich jetzt wieder gestorben? Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kugus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. What the fuck? Ich bin gerade echt verwirrt, ne? Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kugus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Zack. 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 Nice. Oh, geklärt. Zack, zack. Wichtiger Testapparat verstört. Ja, ich habe meinen Kugus. Das reicht mir. So. Auf weg. Wichtiger Testapparat verstört. Oh, 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 ein Rätsel, ein Rätsel, eins, zwei, drei, okay, okay, eins, eins, ich fange mit eins an, äh, 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 lol, ist das hier? Ähm, das da, äh, ist das da? Äh, was ist das? Hä, was ist hier unten? Moment, ich soll dich ja mitnehmen, oder? Muss ich da jetzt hin, oder? Ja, ich komme da nicht hin. Ja, ich komme da nicht hin. Okay. Aber da muss gleich der Kubus aufnehmen, oder so. So, und da mit dir. Äh. What the fuck am I doing here right now? Und warum ist hier... Was ist hier los, Mann? Komm her. Ich will da durch. Oh, kann ich nicht durchwacken? Steht da eigentlich? Steht da! Oder bin ich gerade blöd und kann da ein Portal hinmachen? Ah, ich bin blöd. Zack. There. We go. She is watching you. Beep. Heh. Die Soundeffekte sind sogar auch noch aufgeschrieben. What the f... Die Soundeffekte sind sogar noch aufgeschrieben. Okay. 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 I can do it. Okay. So. Okay. Was rippt wie das Ton? Girls of Apprentice Science Und dann der Kubus auf dem Kopf Nice Wow Wow Was? Log in E C Johnson C Johnson Passwort 4 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 heißt das T C Johnson Tier 3 Was? Never Never help Oh Come on Wir sind überall die Kubus, Alter Not Never But no Oh Stop Wait 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 Ah I don't know Oh Come on Nothing truly Nothing In the world Was Reaper Care today An angel Visited this great path And took to keep Way Okay Alles klar Meine Freunde Scherber Wieder Back Zum Schwer Warum ist das nicht so hell Grafik War das dann zu dunkel Oder ist sie gerade blind Die Grafik war einfach gerade weg Nice Gut Gut dass es wieder funktioniert Äh Warte mal Ich lass dich kurz da Ah Easy Komm her Äh Fast Nice Bin ich gut Oder bin ich gut Ah So Das hab ich Oh Da Da Nummer 1 Nummer 1 Nice 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 Äh Hä Wie hoch geht das bitte Hä Warum Bringt das überhaupt was Och nein Bist du eigentlich Das Wahnsinns Radio Überall Überall Halleluja Äh Okay Just a prank bro Alles klar Haben die mich verarscht Oh Gott Alter Das game So So Hä 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 Einen Moment Einen Moment Einen Moment Warte Wie wird das Das Oder bin ich Jetzt blöd Ist da aktiviert Eins von den dreien Ja Radio So gut Ist ok Mann Ja aber Ja aber Warum aktiviert Das Ding nicht Oder bin ich nicht gerade so blöd Ich weiß nicht was ich hier tun soll Jaa, nee! 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 Das ist ja ordet, was? Hä? Aj, Moment! Wie ist das da? Oh, lill! Oh ja! Oh! Das Management Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend seinen Rat zu ignorieren. Hey! Warum sollte er sprechen können? Ey, warte, ich muss ihn holen! Kubuslein! Kubusi! Busi, Busi! Komm her! Jaa, komm her! So! Jaa! Der ist so schön pink, ne? Das ist so nice! Sooo... Mensch! Äh... Gehen wir nicht durch! Da durch! Da durch! Ich meine hier! Da durch! Äh, warte mal! Kubus! Kubus! Alter! Kubus! Kubus! Warte, warte hier! Warte hier auf mich! Ich komme gleich wieder! Liebe dich! Ähm... Da ist ja noch so ein Ding! Und das so sieht jetzt aus! Zack! Okay! Oh! Bin ein bisschen blöd, ne? Ja! Ich hab das falsche Portal gesetzt, ne? Ja, gut, ne? Ja... Da muss ich jetzt blau setzen! So, blau sitze ich da! Und dann müsste das da abprallen und da reingehen! Also wenn ich jetzt richtig hab! Komm schon! Ja! Ja! Ich bin Boss, alter! Äh... Kubus! Ah ja! 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 Äh... Ist das da hoch? Ist das denn Treppe? Ja, das Treppe... GG... So... Ha! Tag! Geschafft! Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss Moida Sterbehilfe erhalten. Was? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science, Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Intelligenz-Notverbrennungsanlage? Nein! Ist das nicht dein Ernst, oder? Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker, das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Sterbehilfe? Aber warum? Ich hab ja nicht mal was, wo ich da drauflegen kann, damit's bleibt. Warte... Herz drauf. Was ist, wenn ich das wegschmeiße? Gilt es als wegschmeißen? Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch acht von zehn Aperture Science-Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Ja, aber warum? Ja, aber warum? Wie soll ich das überhaupt anstellen? Das ist nie möglich. Der Begleiter Kubus kann den weiteren Test nicht mitmachen. Staatlichen und örtlichen Vorschriften zufolge kann er nicht hier bleiben, allein und ohne Begleitung. Sie müssen ihm Sterbehilfe leisten. Ich will das scheiße. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Das war gar nicht schnell. Aber das ist kacke. Ja, naja. Äh, ich stoppe hier. Äh, das Video ist vielleicht fast schon doppelt so lang als normal, ja. Aber ich will ja auch irgendwie produktiv weiterkommen. Und das bringt ja dann auch nichts, wenn ich jetzt mittendrin aufhöre. Also, hier mache ich jetzt mal wieder Schluss. Äh, danke fürs Zuschauen, auch wenn ihr jetzt mal länger zuschauen musstet, tut mir leid, dass ich euch so quälen muss. Äh, ja. Kurz und knapp. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. I don't know. No!